Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Overwatch. Oh, hier geht's auch gleich schon los mit dem Mr. Helm diesmal. Servus. Mahlzeit. Und dem Xar, der ist auch wieder am Start. Ja. Wir müssen hier angreifen und einen Punkt erobern. Mal schauen. Helm ist als Torpion unterwegs hier, als unser Konstrukteur. Und der Xar heute mal als Heiler. Ja. So. Und? Ich könnte nichts. Ich stehe schön dicht beisammen, das ist gut für mich. Hau rein. Den holen wir uns mal. Dankeschön. Danke für die Heilung. Dafür bin ich da. Super. Perfekt. Jetzt gibt's zünftig schaden. Genau, jetzt gibt's zünftig schaden. Jetzt gibt's zünftig schaden. Ich hab gesagt, die ist ein Schwester hier leck. Der ist einfach toll. Das ist nicht so. Feiert den aus. So, da hinten ist auch wieder trouble. Und wir sind ein bisschen schwer. Gehen wir mal schaden. Weißt du, dass du vor die, äh, Habsrüstung vor die Züge schmissen. Wir haben einen in-crumming. Der ist da, äh, ich bin down. Auf den Punkt. Auf den Punkt, auf den Punkt IP. Ich hebe auf. Hacke, sehr gut. Wo ist die Sack? Da, äh. Noch zwei, die sind alle nichts mehr. Sehr schön. 2, 3 kommen. Ah, die kriegen wir. Oh, oh. Sind sie immer noch drin, ne? Ich weiß nicht, ob sie drin sind. Ich halte sie hier an der anderen Stelle zurück. Nee, du hörst ja. Wenn sie drin sind, piepte. Ja, ich weiß nicht. Ich hör nichts von lauter Raketen. Sind sie drin, ne? Jetzt sind zwei drin, ja. Jetzt nicht mehr. Ach, schade. Okay. Drin, so. Brauchst du wieder einen Schütz rein? Der Affe. Der Schütz ist drin, ne? Oh, halt. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Irgending ist Rüstungswinn. Irgending ist Rüstungswinn. Okay, wir haben sie eh schon. Hab ihn. So. Haben wir. Was, Verlängerung? Warum Verlängerung? absel hat man der verlängerung bekommen also die anfang mehr so das war easy also die haben auch so schön nah beisammen gestanden da immer recht sie haben über rechts und über links über die flanke immer gleich genau siehst du schon ein bisschen geist vor der möglichkeit ja was heißen und feier das ist das kreis oder zu ganz was da mehr schaden oder näher ich habe gerade gut geknallt dann wirst du da bisher gerade gut in action sagt er quasi aber das hat gibt keinen Waffe oder dergleichen das weiß ich nämlich nicht so normal mir fehlt das Speed tut es gefehlt der nimmt immer den Disco Tänzer da Wolfgang Fahrer und der gibt Super Speed das ist echt geil das Ding ja klasse gerade am Anfang das sieht ganz schlecht aus da komm ich gar nicht rein im Tod du musst dir das geschützt vorher aufbauen als Angriff das hätte ich nicht gedacht ne ich meine nur nicht okay andere Richtung ich fliege dich wieder zusammen wie sind sie wirklich hintergehen sie bis wir hinter mir ja nein habe ich habt ihr ulti fertig ne habe ich nicht quatsch das waren andere blinken das war dein blinken wo sind die denn jetzt von hier genau perfekt so jetzt sind jetzt von der anderen seite angreifen ich hoffe von der anderen seite sind noch welche ok ein hammer 3 hammer head and down oh halt heilung heilung ganz schnell heilung sehr schön wirst du sehr schön der grüne schau dir der grüne scheiße heilung g k ich habe meine ulti fertig wir können versuchen damit jetzt rein müssen wir wir müssen jetzt gebündelt rein also warten macht gibt mir mal schaden zu ich mache es zu weit weg ok die runde ist weg da müssen wir sind der dritten reisen verdammt also jetzt war das also in der ersten runde waren wirklich schlecht muss man mal so sagen und in der zweiten runde meine güte nicht in die schusslinie zu laufen ist auch sehr weit dann aber auch an tank brauchen ja so ein tank mit schild wenn er schlecht ja jetzt geschützt platziert ist haben wir ja dann nimm den supporter der schnell macht sagen kannst du auch noch nicht spielen das wird kann packen paar geschütze hin aber dann gibt es hier noch ein paar schilder so ich bin drin ich bin tot eine schaffte entsorgt ich hab's er entsorgt Jesus ist runtergeflogen Ich krieg aber den Punkt Sehr gut, Punkt sichern, geil, geil, geil Ab ihn Sehr schön Sehr schön Und kämpf Und kämpf Oh Heilung Kann ich heilen Okay wir haben den Punkt Okay jetzt brauchen wir das Geschwitz Und Heilung Der Tod ist nur eine Illusion Ah, Tod Achtung, Ulti, irgendeiner hat Ulti gezündet, ich glaub zwar Gegner Teleporter online Und ich habe den Pfad geöffnet Oh, mit Teleport Ja Ich bin tot Ich bin tot Wird hängen Steht, ne? Und, 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 kriegst du ihn da raus? Nein, 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 nein Einbringlich fest Wird frigert Ja Jetzt sind die drin Selbstschussanlage Platt Eine Selbstschussanlage wurde zerstört Heute ist die dicke mit Ulti Oh, 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 oh Übel Ja, ne, und, und vor allen Dingen Ah, ja, okay, der dicke mit Ulti war es, ja Aber die haben noch hinten, äh Wenn ich das richtig gesehen hab, noch einen Scharfschützen auf dem Dach stehen Okay So, jetzt geht's ab Achtung, Tonnenfeuer We don't make care here Egal Hast du dir geknallt da drinnen? Ah, okay Weißt du, dem reicht? Reicht's? Nee, nee, ich bin noch weg Nein Nein Der dicke ist noch drin von uns Ja, 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 das reicht nicht Reicht nicht Reicht nicht Sicherheitssystem Wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen Wie das Portal noch? Das Portal steht noch Sehr gut Ich schmeiß es Einbringlich fest Ich werde dich schichten Selbstschussanlage ist heiß Okay, wir kriegen's Achtung, wir verlieren hier gerade Achtung, wir verlieren hier gerade Achtung, wir verlieren hier gerade Ich hab die Jacke gesagt Das Licht Aber spannend Ich werde das Ziel einbringen Nein, jetzt haben wir Sehr schön Ich bin nur so gut wie Blaue, geht Vamos Entschuldigung Woh, los, 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 los Das Ding ist noch da, sehr genau Nein Wer Zimmer Das hat ihm immer wieder wahrgenommen Nehm das Portal Wenn einer schriftlich ist Das ist sauwichtig wenns noch steht Komm, ich will die Killcampen nicht sehen Ich weiß mich gestorben wird Gerade ist er weg Nein, das war's. Das ging mir. Das ging mir. 90. Ich muss auf jeden Fall rein. Irgendwann muss rein. Ich bin schon so viel tot, bevor ich überhaupt drin bin. Ah. Schade. Schade, schade. Schade, echt, aber... War mich auch. War auf Augenhöhe. Ja. Das ist krass, die erste so klar für uns. Mr. L. Ja, ist klar. Super, du bist über einen Haufen gemäht worden. Nein, nein, nein. Den Vorspann hast du verpasst, das davor, da hatten alle zwei weggebrät. Ja, ja, ja. Ja. Aber guck mal hier, wir sind beide nominiert. Oh Mann. Macht nix. War noch cool. War eine coole Runde, war eine coole Runde. Auf jeden Fall. Duf 19. 19, bist du auch, bin ich auch. Hey, haben wir gleich viele gesuchtet. Ich bin eben 20 geworden. Was? Was? Du warst gestern noch hinter mir, was hast du gedacht? Ich hab noch ein bisschen gespielt. Ein bisschen gespielt. Er hat ihn noch durchgesuchtet, glaube ich. Anubis. Oh, was machen wir? Angriff. Angriff im Tempel des Anubis. Ich find auch da den Torpeon immer cool. Beim Angriff? Ja, weil du da so schön... Ja, die Geschütze platziere ich dann nicht bei der Stelle, sondern unterwegs. Dass die Angreifer erstmal aufgehalten werden. Ich nehm den Reaper. Aber gut. Damit ich hinter die komme. Den Reaper. Danke. Ich probier's weiter mit der Fahrer, glaube ich. Oder? Ich bin aber mit dem, was wichtiger ist. Sniper oder ein Tank? Weißt du, zum Angriff? Ich mach mal Sniper. Wenn's nicht läuft, kann ich auch noch wegzahlen. Ja. Wichtig ist es am Anfang, durch dieses Tor durchzukommen da. Das wird guter. Wie, durch welches Tor meinst du jetzt? Ach so, diesen Bogen da oder wie? Ja, durch diesen Bogen. Das ist guter. Richtig. Wenn wir den geschafft haben, dann haben wir eine Chance. Wobei, von der Seite... Von der Seite bin ich richtig... Oder ist das hier mit diesem Sockel davor? Ich glaub, von der Seite bin ich sau-selten gestartet. Ja, freu dich mal. Die kenn ich eigentlich. Ich kenn nur die andere Seite mit dem... Äh, du bist Pfarrer? Dann sag ich dir, geh übers Tor. Ja, 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 klar. Und schieß direkt oben hin. Oben wird einer hocken. Ja, 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 ja. Das ist klar, das ist klar. Ja, um den werd ich mich kümmern. Und auch um die ganzen festen Geschütze. Nach Möglichkeit. Ich versuche, wenn's klappt, wenn ich da irgendwie durchkomme, versuche ich mich direkt hinten auf A zu stellen. Sofort, instant, hin zu porten, auf A zu stellen. Dann müssen die umdrehen und das Tor freigeben für den Rest. Hm. Wir schauen's mal. Wir schauen's mal. Okay. Da hinten steht einer hinterm Tor, ist klar. Den hab ich. Oh! Schafschütze hinterm Tor. Schafschütze erledigt. Okay, ja. Ich hab's gesehen. Leider eine Sekunde zu spät. Ich hab's ja zwei Stück erledigt. Der hat mich in dem Moment gehabt, als ich hochgesprungen war. Schnappen wir das Ziel. Los, Bewegung! Okay. Sehr schön. Lieb doch gut. Bisher schon, ja. Sicher den Zielpunkt. Steht noch gut an. Oh! Geschützt! Kommt, komm mal weg. Los, Bewegung! Zielpunkt A eingenommen. Oh, Heilung. Ist hier irgendwo Heilung? Ja, da. Geladen und entsichert. So, dann. So, da oben ist weg, da war einer. Miss. Okay. Soweit so gut. Sieht schon ganz gut aus. Mal ganz im Ernst. Der Tank ist richtig spitze. Ach, Scheiße. Da hinter mir war noch der blöde Bogenschütze. Okay. Ich bin leider hopp. Aber wir haben sie ganz gut weggebrückt. Drei mit mir weiter anseiten. Der Punkt sollte eigentlich so gut ein Unfall. Ich werde den Punkt ein. Ach. Hehehe. Das ist immer cool. Der Rainer hat hier mit seinen Sprüchen. Ich finde den aber nicht genial. Boah. Könnt ihr grad sich kochen? Übel? Ja. Okay. Sich kommt? Und vor mir kann sich niemand verstecken. Eins. Zu spät. Ich hätte das gleich zünden sollen. War zu offen. Ach Mist. Uh. Hallo Xa. Ja. Ich habe mir da gerade Heilung geholt. Ja. Das ist überall skeptisch. Boah! Was war das denn für einer? Was war denn das für ein Kaffee? Den kenn ich gar nicht. Achtung, vorne ist er. Ach, das war der nicht. No. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab mich schön gestanden, hab da reingebretzt. Aber nicht ganz gereicht. Ja, da drin haben sie sich jetzt natürlich ganz gut verbarrikadiert. Das muss man denen jetzt lassen. Ja, die Stadter ist echt. Ah, hab ihn hinter dir. So, ich mach den Panzer. Der ist noch irgendwo ein Scharfschütze. Ich dachte, wir hätten sie alle. Von den Gepanzern. Auch nichts. Hinten haben sie einen Scharfschütze. Ganz hinten. In der Ecke sitzen, ne? Quasi, also... Rechts oder längst? Ganz hinten. Einfach gerade durch. Da sitzt einer so hinter den Urnen. Oder irgendwo kommt der Urnen und der Kleine. Den Urnen. Naja, also als Scharfschütze taug ich ja nichts. Wirklich immer. Ja, ich glaube auch, jetzt brauchen wir... Alter, jetzt kommt von hinten einer. Das gibt's doch gar nicht. Weil jetzt wissen wir es ja auch schon. Das war er jetzt fies. Von hinten kam der an. Das ist schnell, das sieht man nicht nochmal. Genau. Ich beschütze die Unschuldigen. Habe ich ihn? Nicht. Ich erlische meine Beute. Sie sind raus. Sie rücken raus. Raus? Oh, vor sich. Sie rücken raus. Sie sind vor und vor jetzt. Sie sind nicht mehr an ihrer Position. Wenn sie jetzt umgehen. Wir müssen jetzt versuchen, uns zu umgehen, dann... Ja, gar nicht so umgehen. Wir müssen durch. Irgendwie müssen wir durch. Oh, der war gut. Der mit den... Bei denen, der mit den Granat werft. Ja, der ist richtig gut. Zurück auf Patrouille. Scheiße. Oh, kommt der genau um die Ecke. Ich dachte, der wäre auf der Hauptstraße sozusagen. Nee, der ist von der Seite gekommen. Ich bin extra zur Seite gekommen. Mann. Fuck. Zielen eliminiert. Ich kam nicht mehr rechtzeitig hoch. Da steht noch so einiges. Wenn ich da reingehe, um das Geschütz auszuschauen. Ich bin extra. Ich bin extra. Ja. Jetzt hat er ausgerechnet nachgeladen, wenn ich da rein gehe, um das Geschütz auszuschauen. ab dem schweiz an schweiz ja 3 Minuten knapp Oh, links ist ein Scharfschütze, wenn man durchs Tor geht, links. Aber das steht ja schon die ganze Zeit. Ja, normal sind alles. Oh, wie der der. Ach, kacke, den kriegste auch nicht um... Wie kommst du denn da rein? Ne, mit dem Dicken kommst du auch nicht rein. Okay, wir versuchen. Eine Tidididu. Wir brauchen ne gute Idee. Ulti, die sind auch so schön verteilt. Ich meine, Ulti ist völlig wirkungslos. Ich bin hier wirklich. ich bin jetzt mit da das geschützt habe ich fast fast ja leider fast nur gehabt leider nur fast ich habe es auch drauf, dann pass auf, gehen wir mal mit zwei Fahrrader hin Bombenball im Moment von oben, wir haben noch eine Minute irgendwie müssen wir es probieren, aber das ist das einzige wie du mit der Fahrrad, also eigentlich das ist die Fahrrad wirklich das einzige taugliche weil weil du halt hier drüber fliegen kannst so der Punkt ist frei, der Punkt ist frei Schützt weg ich bin da, du kommst mit dem Motorrad war ich gut oder war ich gut? du ja ganz alleine ich bin da mit einem anderen zusammen drauf und dann kannst du noch hinterher dann haben wir es schnell bekommen dadurch, dass wenn man zu dritt drauf ist dann geht der Zähler ja schnell durch der Sack der mit Raketenwerferde war ich richtig ja jeder war ja hier hat auch gerade gerecht Alter, was ein Sack ja aus unserem Team, der war gut ja bestimmt, nee, der war wirklich gut nee, der war wirklich gut, der Tank, der hat gut gearbeitet episch, 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 genau nicht übel, gut, ja dann würde ich sagen, wir sehen es nach nächsten Folge wieder, oder? genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal habe die Jede bis dahin, macht's gut tschau 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 tschau